Weiter geht es mit der Legacy-Comic-Reihe von John Ostrander und Jan de Sima. Wir kommen jetzt zur nächsten größeren Story-Arc, nämlich die Ausgaben 29 bis 31 mit dem Titel Vector. Diese Ausgaben sind etwas ganz Besonderes, denn nicht nur ist das hier eine der wichtigsten Story-Arcs innerhalb der Legacy-Comic-Reihe, es ist der Abschluss eines großen Crossover-Events. Vector war ein großes Ereignis im Jahr 2008, bei dem man sich bei Dark Horse Comics den Plan gefasst hat, wir wollen ein Crossover, wir wollen, dass unsere vier aktuell laufenden Comic-Reihen sich irgendwie verbinden. Bei diesen Reihen handelte es sich um Knights of the Old Republic, Dark Times, Rebellion und eben Legacy. Und die Storyline ist im Grunde ganz simpel. Wir beginnen mit Knights of the Old Republic, wir gehen chronologisch vor mit diesen vier Comics quasi. Knights of the Old Republic etabliert den Charakter Celeste Morn. Sie ist eine Jedi-Ritterin und sie wird an den mysteriösen Moor-Talisman gebunden. Und das ist ein altes Sith-Artefakt und jetzt ist Celeste Morn besessen vom Geist des Sith-Lords Karnes Moor. Und dieser will die Rack-Ghul-Seuche verbreiten, die kennen wir ja zum Beispiel aus dem Videospiel Knights of the Old Republic. Und am Ende der KOTOR Comics, also der Vector-Storyline in KOTOR, wird Celeste Morn in einen Sarkophag gesperrt, der sie jahrtausendelang am Leben erhalten kann. Und dieser Sark geht verloren und wird dann in späteren Zeiten wiedergefunden. Und da kommen wir zu Dark Times, das Spiel zwischen Episode 3 und 4 mit einem noch jüngeren Darth Vader, der auf den Sarkophag stößt und Celeste Morn, dann verschwindet der Sark aber dann schon wieder am Ende der Story, taucht dann nochmal auf in Rebellion und Celeste Morn begegnet Luke Skywalker. Und jetzt sind wir bei Legacy. Celeste Morn hat sich in den Tiefkern der Galaxis zurückgezogen und zehn Jahre vor unserer Haupthandlung ist der fellimperiale Sternzerstörer Iron Sun auf Celestes kleineres Schiff aufmerksam geworden und hat sie an Bord gezogen. Und Celeste war vollkommen von der Galaxis abgeschottet für Jahrhunderte und sie dachte, das sind immer noch diese Sturmtruppen aus Luke Skywalkers Zeiten, also Feinde. Und deswegen hat sie die gesamte Besatzung umgebracht und in Ragghouls verwandelt und hat sich dann da auf dem Schiff zurückgezogen. Und dann setzt unsere Gegenwartshandlung wieder ein. Denn Kate Skywalker und seine Crew an Bord der Minoc begleitet von den zwei imperialen Rittern Genna Creek und Antares Draco und, habe ich fast vergessen, Aslan Rey, sie ist ja auch eine Ritterin. Sie wollen Darth Crate irgendwie nach Hath Abaddon locken, dem Planeten, wo das Imperium einen Außenposten hat. Und dort wollen sie das Attentat auf ihn verüben, was ja aufgebaut wurde, dass das der Plan ist in den letzten paar Ausgaben. Interessante Verknüpfung gleich zu Anfang ist natürlich, dass Hath Abaddon war der ursprüngliche Name für Palpatines Machtzentrum in einem von George Lucas früheren Entwürfen und das wurde dann schließlich zu Coruscant. Und den Planetennamen Coruscant bekam es ja schließlich von Timothys Zahn in der Thrawn-Trilogie und George Lucas hat das dann in die Prequels übernommen. Kate versucht gerade zu meditieren, als er eine Machtvision hat von einer mysteriösen Frau. Und in dem Moment wird die Minoc aus dem Hyperraum gezogen und an Bord von Celeste Morons Sternzerstörer verfrachtet. Dort liefern sich unsere Helden auch schnell einen Kampf mit den Ragghouls, nachdem das Schiff erstmal verlassen aussieht und sie sich ein bisschen aufteilen. Und dann taucht Celeste Moron auf. Und sie trennt Kate Skywalker und Aslan Rey von den anderen. Denn Kate und Aslan wurden während der Kämpfe gekratzt und drohen jetzt, sich in Ragghouls zu verwandeln. Dann erzählt Celeste ein bisschen was über ihre Hintergrundgeschichte, damit Leser, die die vorigen Teile im Vektor-Crossover-Event nicht kennen, damit die wissen, was überhaupt vor sich geht hier. Und das muss ich gleich klarstellen, die Vektor-Story-Arc hier drin. Man merkt, das ist eine Art Fortsetzung zu etwas anderem, aber es steht auch für sich alleine. Wenn ihr nur die Legacy-Comics lesen wollt, funktioniert Vektor für sich alleine ebenso. Und ihr müsst Vektor lesen, wenn ihr Legacy lesen wollt. Dazu komme ich gleich gegen Ende, das wird ein großer Spoiler. Es gelingt Kate dann, sich selbst und Aslan Rey von der Ragghoulseuche zu heilen, denn Kate hat ja besondere Heilkräfte, deswegen ist Darth Krayt ja auch hinter ihm her. Celeste Mawne zeigt sich davon beeindruckt und stimmt zu, sich mit Kate und seinen Freunden zu verbünden, um den dunklen Lord Darth Krayt zu töten. Aber Carnes Muir, der ja in ihrem Inneren weiterlebt durch den Talisman, hat seine eigenen Pläne mit Darth Krayt. Carnes Muir will im Grunde wieder, er will einen neuen Wirtskörper, lebendig werden und seine Ragghoulseuche über die Galaxis verbreiten. Kate und seine Crew und Celeste Mawne greifen dann Head Abandon an, die Basis dort, und sie lassen einen Sith, der dort anwesend war, entkommen, damit er Darth Krayt Bericht erstattet. Das passiert auch, dann nimmt auch Celeste Mawne Kontakt zu Krayt auf, aber Carnes Muir spricht durch sie. Es wird nicht explizit gesagt, aber Celeste hat Carnes Muir dazu, mehr oder weniger gezwungen, ihnen zu helfen. Aber Carnes war bereit, dazu ihnen zu helfen, denn er hat ja schließlich seine eigenen Pläne, er will auch, dass Krayt nach Head Abandon kommt. In der Zwischenzeit, wo wir darauf warten, dass diese finale Konfrontation passiert, bekommen wir ein paar Szenen an Bord der Minog mit den Charakteren, mit den imperialen Rittern. Es gibt Romanzen und Drama zwischen Ganner Creek und Aslan Ray, den beiden imperialen Rittern, weil zwischen den beiden ist vielleicht was am Laufen, zumindest wünscht sich Ganner Creek das, aber Aslan hat noch Gefühle für Kate Skywalker und das eskaliert in dieser Story, denn die beiden schlafen miteinander. Das wird weder gezeigt noch explizit gesagt, aber es ist ziemlich offensichtlich. Der Rest der Besatzung an Bord der Minog wird vom Muir-Talisman in Versuchen geführt, denn Carnes Muir will endlich weg von Celeste Mawne, dieser schwachen Frau. Er will einen neuen, stärkeren Wirtskörper, den er ganz einfach kontrollieren kann, weil Celeste Mawne leistet dem Geist von Muir schließlich Widerstand. Crait reist dann schließlich in Begleitung seiner treuen Sith, darunter Darth Wailok, Darth Talon und Darth Strife und Darth Melody. Ich vergesse hier die ganzen Namen aufzuzählen. Die reisen alle zusammen nach Hader Baden. Crait kann es spüren, dass er langsam stirbt, dass diese Wong-Samen in ihm ihn langsam umbringen und er denkt, Carnes Muir könnte ihm tatsächlich irgendwie helfen. Und wenn nicht Muir, dann zumindest Kate Skywalker, der sich ja auf Hader Baden in Carnes Muirs Fängen befindet, soweit Crait weiß. Schließlich treffen unsere Helden und die Sith aufeinander. Es kommt zu einem großen Kampf. Kate liefert sich ein Duell gegen Darth Talon erneut. Sie hat, wie gesagt, überlebt, nachdem er ihr sein Lichtschwert in den Bauch gerammt hatte, was ziemlich witzig war. Und hier bekommen wir ein weiteres Element. Denn die Imperialen Ritter, das heißt Antares Draco, informiert Imperator Rowanfell über den Muir-Talisman und dass man damit diese Rackgul-Seuche verbreiten kann. Und Rowanfell will den Muir-Talisman in seinen Besitz bekommen, denn er denkt, mit Hilfe der Rackgul-Seuche könnte er Crait besiegen und die Sith, denn dann hätte er eine Armee von Monstern unter seinem Kommando. Aslan Rey ist darüber überhaupt nicht erfreut, denn das ist ziemlich offensichtlich keine gute Idee und ein ziemlicher dunkle Seite Mist. Und die Imperialen Ritter dienen der Macht, die durch den Imperator verkörpert wird. Und sollte der Imperator irgendetwas tun, das so nah an die dunkle Seite rankommt, müssten sie ihn eigentlich umbringen. Zuerst würden sie versuchen, ihn zu retten und auf die lichte Seite zurückzuziehen, aber ja, das ist nicht gerade gut. Mir gefällt übrigens auch das eine Bild, das wir von Rowanfell bekommen in diesem Comic, während er mit Antares Draco telefoniert über Holocom. Er ist einfach ohne Hemd. Er trainiert gerade mit einem Lichtschwert, mit irgend so einem blonden Bimbo in einem Sport-BH, anscheinend in seinem Privatgemächern. Ich weiß nicht, warum, ich finde das ein ziemlich witziges Bild. Jedenfalls, es kommt zum großen Duell, das nimmt sehr viele Seiten ein, und Aslan Ray schleicht sich von hinten an Darth Crate an und rammt ihm das Lichtschwert, ich würde sagen, nicht wirklich durch die Brust, es sieht eher aus wie so durch die Schulter. Auf jeden Fall schmerzhaft, vielleicht nicht zwingend tödlich, aber definitiv nicht gesund. Und dann verpasst Celeste Moran zusammen mit Karnes Moore, Darth Crate den Finishing-Move sozusagen. Volle Blitzattacke und Darth Crate wird von einer Klippe geschleudert, fällt nach unten, kracht drauf und natürlich denken jetzt alle, Crate ist tot. Während Celestes Angriff wurde Aslan Ray jedoch stark verletzt und Cate ist natürlich äußerst angepisst deswegen. Und er gewährt Celeste Moran dann am Ende einen Gnadentod. Sie wird schließlich gefoltert, weil sie jahrtausendelang mit Karnes Moore verbunden war, um den Moore-Talisman unter Kontrolle zu halten. Cate sticht sie nieder mit dem Lichtschwert, Celest Morans Leiche löst sich in Staub auf, und der Talisman verbindet sich mit Cate. Das ist jedoch genau das, was Cate wollte, denn seine Heilkräfte, seine besonderen, ermöglichen es ihm ja, Risse zu sehen. Und damit ist er der Einzige wirklich, der in der Lage war, den Moore-Talisman zu zerstören. Was er auch tut. Das Ding zerbröselt und Karnes Moore ist besiegt. Dann gibt es natürlich noch Aslan Ray, die wirklich verwundet ist. Und Cate, seine Heilkräfte, er benutzt sie natürlich sofort, aber er kann sie nur knapp am Leben erhalten. Seine Heilkräfte zeigen nicht allzu viel Wirkung, weil Aslan sehr stark verletzt ist. Und natürlich braucht sie also richtige medizinische Versorgung. Und deswegen bringen Cate, Jiraiya Sin, Delia Blue und Shadow Vau sie jetzt zu Drew, Bantarocks Frau auf dem Planeten Kifhex. Die imperialen Ritter, also Enterous Draco und Gennar Creek, lassen sie aber nicht wieder an Bord der Minog und lassen sie auf Haderberden zurück. Denn Cate ist wirklich, wirklich angepisst, weil er weiß, die beiden wurden zu Verrätern. Sie wollten Cate hintergehen, sie wollten den Moore-Talisman für Rowan Fell in ihren Besitz bekommen. Am Ende bekommen wir noch eine Art Epilog mit den Sith. Denn Darth Strife, Darth Melody und Darth Talon werden dann von Darth Wylok geborgen. Denn diese drei Sith haben an dem Kampf teilgenommen und wurden schwer verletzt. Also hat Wylok sie in Bagdad-Tanks gesteckt. Und dann machte er sich auf, die Leiche seines Meisters zu bergen. Darth Crate am Fuße dieser Klippe. Und da muss Wylok feststellen, dass Darth Crate noch lebt. Knapp. Er konnte seinen Sturz noch ein bisschen abfedern, er ist schwerstens verletzt. Aber er sagt, Crate sagt, er hat von Karnes Moore während ihrer kurzen Verbundenheit die Geheimnisse der Heiltechnik erlernt. Und er spürt es, er könnte sich jetzt heilen, wenn man ihm die Zeit gibt und alles. Und dann, in dem schockierenden Moment, wendet sich Darth Wylok gegen seinen Meister, attackiert Darth Crate mit Blitzen und tötet ihn ernsthaft. Darth Crate am Ende dieser Story-Arc ist tot. Und Wylok bringt seinen Leichnam dann in sein Schiff. Und wie das weitergeht, sehen wir dann in den nächsten Ausgaben. Also das war Star Wars Legacy Vektor. Ein unfassbar wichtiges Kapitel in der Legacy-Comic-Reihe und auch allgemein als der Abschluss der größeren Vektor-Storyline, dem großen Crossover. Das hier ist auch das Ende von Celeste Morne's Story. Hierzu möchte ich sagen, sollte man Vektor für sich alleine stehend lesen, ich habe schon gesagt, ihr müsst Vektor innerhalb von Legacy lesen und auch innerhalb der anderen Reihen. Aber kann man nur die Vektor-Ausgaben lesen aus Knights of the Old Republic, Dark Times, Rebellion und Legacy? So wurden sie nämlich in zwei Paperbacks mal gesammelt. Und die Antwort darauf ist ein ganz, ganz klares Nein. Seid ihr vollkommen bescheuert? Ihr werdet da, mitten in Storys geworfen, zu vollkommen verschiedenen Zeiten mit vollkommen verschiedenen Charakteren, die ihr noch nicht kennt. Und das Einzige, was die Story verbindet, ist, dass der Charakter Celeste Morne auftaucht und in die Haupthandlung eingreift. Also wenn ihr eine von diesen vier Comic-Reihen lesen wollt, lest sie einfach in der richtigen Reihenfolge. Lest Vektor nicht für sich allein stehend. Aber insgesamt, wir haben hier drin wieder alles, was an Legacy gut ist. Wir haben gute Zeichnungen, gute Charaktere, gute Charakteremomente, eine spannende Handlung und einen wirklich tollen Twist am Ende mit Krayts Tod. Also seinem definitiven Tod. Definitiv für eine Weile. Aber es ist schon klar, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Legacy-Reihe angekommen und jetzt sehen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der kürzeren Story-Arc Leviathan.